Guten Abend, guten Tag oder guten Weiß, der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benni und Steve. Wir spielen heute für euch Bloodfield, die Demo. Und bei mir ist der Mann, der wie kein anderer Reis kochen kann. Und ganz genau weiß, wie die leckerste Süß-Sauersoppe geht. Benni! Yeah! Hallöchen! Grüß dich! Hast du schon was vom Spiel gehört? Nö, sagt mir gar nichts. Wunderbar, dann sind wir schon mal zwei und ich würde sagen, wir starten's. Ja, klasse, braucht man eigentlich ja keine Untertitel für, versteht man ja so eigentlich alle größtenteils. Es ist, wie ihr gerade hört, es ist aus dem asiatischen Raum und zwar, ich glaube, also jetzt nicht, dass ich es jetzt wirklich an der Sprache erkannt habe, aber aus dem vietnamesischen Raum eine, 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 ja, wie sagt man denn, eine, eine dunkle Saga, eine Sage. Verhesset. Das lese ich mir vor. Um, um, ein, ein totes Mädchen. Ich glaube, das steht dort und, äh, ja. Hier ist ein schönes, ich hoffe mal, Bett. Ja, da sieht man mal, wie gut wir das hier eigentlich haben, ne? So, dann gehen wir mal raus und gucken mal mal, wo wir jetzt hier die nächste Tom-Kagai-Suppe herbekommen. Oh Gott. Also muss ich jetzt hier wirklich in den Busch laufen? Ne, das geht nicht. Ne? Ne, das ging nicht. Wir laufen einfach an die Straße runter. Okay. Am Auerochsen vorbei. So, am, am Wasserbüffel. Ah, also immer den Lämmchen hinter. Hör mal auf, hör mal auf! Was soll das? Man sollte hier am Schild hinstellen. Vorsicht, freuzene Geistermädchen. Das ist das fies, ey. Boah, das ist Atmen. Ey. Ja, also ich hab auch keinen Plan, wer wir sind, was wir jetzt hier wollen oder so. Wir erforschen jetzt quasi diese, diesen dunklen Fluch. Ja, schön. Was auch sehr klassisch ist, ne? Im vietnamesischen Raum. Oder generell so in diesem ansiatischen Raum, diese Opfersteine, ne? Wo man halt immer, der Winkelkatze. Und immer Räucherstäbchen. Bisschen Geld oder irgend sowas. Immer so eine Vergabe. Wölfe? Gibt's in Vietnam, ja, ich wollt grad fragen, gibt's in Vietnam Wölfe oder sind das einfach wilde Hunde? Grundsätzlich eher wilde Hunde, statt Wölfe, ne? Eigentlich ja. Oh, guck mal hier so, hier sind wir jetzt vergisst. Okay, okay. Okay, es geht von da rein hinzu. Ich klopf mal. Ah, Mann, Alter! Ah, Mann, Alter! So wie so, ich klopf mal. Oh, ey, wieso? Uncooler Shit. Eieieieieieiei. Hallo? 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 So, ich könnte jetzt mal wirklich reden. Okay, das ist wie so ein Rezept irgendwie von Kräutern, Gartenkräutern. Und, äh, als Medizin, ja. Gib das deiner Frau zum Trinken täglich, äh, in den ersten sechs Monaten. Und, äh, du kriegst auf jeden Fall einen gesunden Sohn. Cool. Von Charmantung. Schön. Schön. Oh, okay. Pounding. Oh. Okay, scheinbar fehlt uns hierfür noch was? Drogen. Na, ich tippe jetzt mal auf die Gartenkräuter. Okay, looks like Groundleaves is missing. Ja, wir brauchen die Groundleaves. So, was haben wir hier noch? Oh, jeder. Dear my love. Okay. Zwei Monate her, seit du schwanger bist. Ich vermisse dich so sehr. Charmantung sagte, dein, äh, Kind wird ein Sohn. Es wird definitiv ein gesunder Sohn. Meine Eltern werden es sehr lieben und sehr ehrenhaft als ihr Großenkel, als ihr Großenkel lieben. Nach der Arbeit weg zu dir kommen und werde dich ein paar Tage unterstützen. Ihr beiden bleibt bitte gesund. In Liebe. Nahm. 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 Oh, hier, okay, mal, haben wir hier nicht? Oh. Drugleaves. Sehr schön. Und wir haben die guten Kräuter. Aber müssen wir jetzt nicht noch irgendwie was zum Feuern finden? Oder vielleicht kannst du auch das schon mal in den Topf schmeißen. Ne, ich würde jetzt mal probieren, das hier in den Mörser zu stopfen. Jawohl. Okay. Das geht. Pounding. So, das zermalmen wir mal. Und haben eine wunderschöne grüne Paste. Können wir jetzt aufkochen? Ja, können wir. Ja. Das ist ja gut. Und auch nicht. Und haben wir uns einen Schlüssel gekocht. Schön. Kann man machen. Blauer Schlüssel. Ich finde auch übrigens, die Küche ist sehr schön geworden. Ja? Muss man ganz klar sagen. Haben sie sich planen lassen? Für teuer Geld hat auch ewige Dauert, bis das gekommen ist. Und muss dann noch zweimal reklamiert werden. Weil er hat so falsche Teile geliefert. So. Okay. Ich mache so blöde Schmerzen irgendwie. Wie gesagt, in anderen Ländern der Welt irgendwie ist das wirklich die Küche. Und. Naja. Da sieht man mal, wie gut wir es haben. Ja? Stimmt. Sollte man sich, glaube ich, ab und zu mal vor Augen führen. Was haben wir hier? Oh, wer hau... Wer hechelt hier so? Ist das... Ist das Klo? Ist das Klo, Alter? Ja. Lass mal gut sein, Alter. Also wir müssen anscheinend... Ich habe jetzt ja gerade gesehen, dass wir ja da noch ein paar... Paa... Ture haben. Hört sich nicht gut an, Alter. Nee. Ich kann doch nicht springen oder sowas. Kann ich hier lang laufen? Nee, kann da nicht reinlaufen. Ich will hier nicht hin. Ja, wir müssen aber daheim. Oh, hier hechelt er. Oh, bitte nicht. Passiert gleich irgendein Shit. Ich wisst es doch. Seht doch. Oh, ist der healthy son. Ich weiß es. Aha. Oh, sowas ist mies. Sowas ist mies irgendwie. Also das... Klingt... sofort sehr unangenehm irgendwie, wenn so... So Baby-Schrei in Horror-Filmen. So, das ist... Geht ja nicht. Geht ja nicht. Oh. 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 Das ist doch nur ein kleiner Hundi. Guck mal. So ein Hundi... So, sowas, ne? So, guck mal. So was willst du haben, wa? Da stehst du drauf, wa? Ja. Feiner bist du. Feiner bist du. Ja. Ja du, äh, wir müssen noch ein bisschen Lokalkolerid hier bringen. Nein. Wir müssen nur die Herzen. Jeder weiß doch, dass hier lieber Katzen herzen will. So, was ist hier? Ist ein Sch... Okay, wir sind im nächsten Areal. Ah, okay. Oh, ich... Ah, bitte. Nicht! Okay. Warten wir, was Schwein gehabt. Ich gehe von aus, wir müssen jetzt wahrscheinlich ein neues Rezept machen. Weinst du? Ich lese mal kurz vor. Entschuldige bitte. Meine Liebe, ich bin nächste Woche zu Hause. Unser Sohn wird in ein paar Wochen geboren. Erinnert mich daran, dass er den Talisman von Shamuntou benutzt. Den er unserer Familie gegeben hat. Das ist eine sehr wichtige Zeit. Komisch übersetzt jetzt irgendwie, dass du genau das tust, was ich dir sage. Das ist sehr wichtig jetzt. Unser Sohn wird sehr clever werden. Und, äh, äh, wird unserer Ehre, unserer Familie sehr viel Ehre bringen. Ja, erinnert mich daran, gut Acht zu geben auf dich und unser, und, und das Babys Gesundheit. In Liebe, naam. 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 So, dann nehmen wir mal mit. Naam. So, hier haben wir wieder, was ist das denn, ein Amulett? Okay. Jetzt müssen wir das Amulett finden, oder was? Hallo? Weiß ich nicht, da haben wir ja noch einen Zettel, das ist wahrscheinlich da das Rezept, ne? Für ein Amulett? Okay. Ein Amulett, äh, das unser Sohn bekommt. Äh, es ist sehr effektiv, äh, und, äh, ein Rezept mit Disziplin, okay, das ist, äh, Rezept mit Disziplin, keine Ahnung. Also du trennst das Amulett, dann gibst das deiner Frau, oder beziehungsweise eine Tasse mit Wasser, und gibst das dann deiner Frau zu trinken. Was für ein Scheiß, Alter? Das ist halt so original vernarbter Medizin, Mann. So, wat? Was ist dat? Amulett. Achso, dat ist dat Amulett, ja. Okay, na klar, man denkt an so'n Stück Metall irgendwie, wa? Ja. Aber, ne, tatsächlich machen die das ja viel mit diesen Papierschnipsen hier. Okay. Dat nehmen wir. Und dat's... Ne, dat bringen wir jetzt, glaub ich, da in den Behälter, genau. Genau. Jetzt muss was burnen. Aber wie? Äh, äh, wir brauchen ein Schleichwetter. The matches are missing. Ah. Burn. Burn it. Burn, motherfucker. Burn. Und jetzt in Wasser auflösen und, äh, deiner Frau geben, na. Ist ja super. Kann ich jetzt, achso, das ist... Ah! Mann, Alter, mach doch nicht so'n Shit hier. Warum steht da jetzt ne Eins und da ne Sechs? Oh. Da ne Fünf. Okay, äh, ja, wahrscheinlich deshalb. Ah. Verstehe. Okay, also an der vierten Stelle ist die Fünf. Ah, was haben wir denn noch? Meine Fresse, das hat mich jetzt aber hier... kalt, die kriegt der Jump-Scare. Mein Lieberherr. Die Eins ist die Eins. Erstmal falsch rum. Naja, passiert halt. Man verdreht sich mal ab und zu. So, da hinten war irgendwann die Drei ist die Sechs. Okay. So, ausprobieren. Oh, je. Aber... Ähm, ja. Hey. Der Puffballons. Okay. Oh, was haben wir hier? Die Neun. Die Neun ist die Zwei. Warum sind der Flutspuren? Ja, warum gibt der Spur? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, jetzt hab ich den Job zum dritten Mal gebracht in diesem Game. Reicht der's? So, und neun. Ja, aber an der zweiten Stelle. Nee, das ist ja quatscht. Bei den Zwei. Und auch ein Messer. Ein Kamm. Oh Mann! Oh Mann, Alter! What? What? Das Kamm jetzt recht abrupt. Ja. Ja. Thanks for playing our demo. The full gameplay coming soon. Ja, ich... Also, ich hab mich jetzt ein paar Mal gerichtet. Ich glaube, das wird jetzt nicht der Mega-Kracher während des Games irgendwie. Aber ich möchte dem Spiel jetzt auch nicht unverhängig sein und sagen, äh, es war sehr kurz in seiner Demo und es hat uns... Also, mich hat's jetzt zwei-, dreimal erwischt. Mich auch. Muss ich sagen, von daher hat's eigentlich alles richtig gemacht. So, Grafik, ja, ist jetzt halt nicht der letzte Burner irgendwie. Aber muss halt ja auch nicht. Muss halt ja auch nicht. Manchmal sind's auch die einfachen Sachen, die irren hauen. Wenn's euch gefallen hat, irgendwie, schreibt's in die Kommentare. Und, äh, wenn ihr Bock drauf habt, dass wir das hier auf den Kanal bringen, machen wir das natürlich. Und ansonsten, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao. Tschüss